Zu dem Bereich Spezialarmaturen gehören bei Delabie auch die Segmente für den Großküchen- und Gemeinschaftsverpflegungsbereich. Hier wird an die Armaturen eine besondere Anforderung gestellt. Es steht nicht Wassersparen im Vordergrund, sondern hier müssen große Wassermengen schnell und einfach bewegt werden. Dazu sind Oberteile notwendig, die besonders robust sind, damit sie auch einmal einen Schlag mit einem Kochtopf vertragen. Das sind hier in dem Falle Longlife-Oberteile, spezielle starke Federn, die die Handbrausen wieder in ihre Position zurückziehen und eben auch die Handbrause verstellbar, damit ich einen gezielten Strahl habe, um Essensreste von Tellern zu spülen, aber auch einen feineren Strahl einstellen kann, um zum Beispiel Gemüse zu waschen. All dies steht hier im Vordergrund. Robustheit, hohe Wassermengen und besondere Stabilität. Der hygienische Aspekt stellte natürlich bei den Armaturen für Großküchen auch einen besonderen Aspekt dar. Wir haben hier zum Beispiel einen speziellen Schlauch aus dem Material Hytrell in den Farben Schwarz oder Weiß, der hohe Temperaturen und eine sehr hohe Flexibilität darstellt. Damit dieser Schlauch nicht abknickt, ist er in der Feder noch einmal Kunststoff ummantelt zusätzlich geführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017